Guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei KLA-TV. Durch Erpressung erwirkte Goldverkäufe ist das Thema der heutigen Sendung. Das jüdische Dokumentationszentrum Simon Wiesenthal in Los Angeles forderte am 31. Oktober 1996 die Schweizer Regierung dazu auf, alle ruhenden und zweifelhaften Kontern, die zwischen 1933 und 1945 auf Schweizer Banken eingerichtet wurden, einzufrieren. Diese und weitere Angriffe bis hin zu Sanktionsdrohungen gegen den erfolgreichen Finanzplatz Schweiz führten dazu, dass am 5. März 1997 Bundesrat Arnold Koller bekannt gab, die Schweizerische Nationalbank, SNB, solle überschüssige Goldreserven im Wert von 7 Milliarden Franken verkaufen und damit eine Solidaritätsstiftung gründen. Doch bis und mit 1999 waren Goldverkäufe hinter dem Rücken des Schweizer Volkes nicht möglich. Erst nachdem Verfassung und Gesetze geändert wurden, konnte seit dem Jahr 2000 die drei Mitglieder des SNB-Direktoriums im Alleingang alles Gold verkaufen und unlimitiert Geld strucken. Mit einem Jahr zur Goldinitiative kann dieser Zustand wieder beendet werden. Bleiben Sie dran, nun folgt eine weitere Sendung zum Thema aus dem Studio Bern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017